ja moin pyrus ich habe eine bitte bekommen dass ich doch mal den black widow böller testen soll das werde ich jetzt machen das zündvideo ist an der stelle schon gedreht ich kann vorab sagen einer hat nicht gezündet weil die lunden dieser böller komplett für die jauche sind ja auf jeden hersteller triplex oder vielmehr importe f3 zulassung 1,8 gramm circa pro böller 38 gramm ungefähr auf die ganze packung verarbeitung hier hinten recht gut eigentlich hier vorne wird es dann schon naja die lunte sehr wackelig und auch extrem schlecht das sind meine black widow eben schon vom von tara versucht leider durchgezündet weiter hat nicht geklärt ja ganz gut sind wir mal den zweiten dann lasst auf jeden fall schon mal ein like kommentar und ein abo da wir sehen uns im nächsten video wieder ja das problem hat gerade schon mal